Ich bin Affexos und ich zocke heute mal wieder eine Runde in Lucky Block Battle und es ist schon sehr lange her, dass ich hier ein bisschen gezockt habe. Deswegen zocke ich heute mal wieder hier ein bisschen rum. Die Runde hat schon gestartet und ich glaube der ist schon weg hier. Schade. Auf jeden Fall sind wir eben gerade auf dieser Star Wars Map. Und ich werde hier erstmal den ganzen Lucky... Ja, natürlich. Direkt das Guides, was es gibt. So war jetzt mal ein paar Dears. Die Partikel sind, glaube ich, neu. Soweit ich das weiß. Auch geil, auch geil. Nicht so geil. So, gucken. Und steilen. Und das hier ist... Alter. Okay, ich habe jetzt schon mindestens eine Runde gewonnen. Wenn ich das benutzt habe. So, den muss ich auch nochmal töten. Ich muss darauf achten, dass es 30 Sekunden noch nicht rum sind, weil sonst versteht er von selbst. Und es sind 30 Sekunden rum. Mist. Okay. Ich glaube, ich habe jetzt schon gewonnen. Okay. Ich glaube, ich habe jetzt schon gewonnen. Okay. Oh Mann. Äh. Äh. So, was lasse ich euch mal da ein bisschen... Jo, wahrscheinlich hat er das überlebt. So, was schießt du mich jetzt ab? Warum auch nicht? So, was schießt du mich jetzt ab? Warum auch nicht? Okay. Alles klar. So, dann habe ich auch schon mal ein Schwert. Das heißt wenigstens ja. Es hat wenigstens Verbrennung. Erze brauche ich eigentlich nicht. Vielleicht ist das für irgendein Schwert. Das ist natürlich ein böses Einhorn. Genau. Das ist echt ein Einhorn. So, ein Ese hier. Der macht doch auch 0 damage. Und wie? Na, ich möchte das... Die Coin zu haben. Mensch. Dummy. Ist ja dumm. Oh Mann. Ne, ne. Ne, ne. Ich bin schon weg. So, tschüss. Noch mal ein paar Lucky Blocks. Okay, war eh nur einer. Was auch immer er es bringt. Noch ein Lucky Block. Geil. Kam auch nichts raus. Das ist irgendwie besonders. Oder so. Teleportations-Stick. Mal gucken, ob das funktioniert. Obwohl, ich würde mit ihm mal aufheben. Vielleicht geht er dann kaputt. Keine Ahnung. Die würde ich mal kaputt machen. Die würde ich mal kaputt machen. Die, meine man kann daraus ein Schwert craften. Nicht bin ich leicht gearscht. Ich bin leicht gearscht. Bevor ich habe noch sehr viele Diamanten. Gearscht. Gearscht. Und das ist irgendwie nicht. Ich würde mich nur noch mal aufheben. Eigentlich kann ich auch die hier benutzen, die ist eh besser. Brauche ich nur noch eine Hose und einen Helm. Kann ich mir das erstmal hacken-craften? Ja geil. So viel fehlen mir noch. Dann brauche ich nur noch gleich ein Schwert müsste ich noch haben, weil sonst habe ich kein Schwert mehr. Obwohl ich glaube ich auch damit gut auskommen würde, ist aber auch egal. Hm, was habe ich denn hier alles? Na ja. Geoportationsstick ist glaube ich auch neu. Ah ok, das funktioniert nicht. Schade. Brauche ich ein Diamantschwert. Das hätte echt schief gehen können. So dann habe ich es eigentlich. Den Grundstein brauche ich eigentlich auch nicht, aber ich nehme den einfach mal mit. Ein bisschen Hühnchen kann auch nicht schaden. Und Feuerblut packe ich mal da hin. Das Lucky Schwert packe ich mal da hin. Hier ist ein Glück für die Brennung und dann mache ich es meistlich. Vote. Und warte darauf, dass es startet. So Leute, wir sind jetzt hier mal in der Runde. Ich warte eben gerade darauf, dass das endlich mal weg geht. Och ne, er kommt schon angefahren. 7 Komm schon. 5, 4, 3, 2, 1 Ja, von mir aus. So jetzt, komm ja Junge. Jo, was hat der denn für ein Schwert Junge? Fertig. Fertig. Das ist so geil. So, jetzt komme ich mit meinem Knockback-Stick. Ja stimmt, den Dickbrille-Pod-Stick würde ich auch mal ausprobieren. Komm her Junge. Ich darf ihn nochmal auch nicht zu oft benutzen ansonsten. Na, bin tot. Geil. Im Endeffekt ist jetzt, glaube ich, wie lange... Oh, ich hab noch 3 Minuten. Okay. Wo ist der jetzt? Ah, dein. Jo, was ist das denn? Nein. Nein. Wollen die mich verarschen? Geil. Also mein Leben macht auf jeden Fall einen Sinn. Geil. Okay. Okay, jetzt muss ich versuchen, irgendwie den auszutricksen, weil wenn ich das nicht schaffe, bin ich leicht gearscht. Ja komm. Na komm. Ja komm. Na komm. Na komm. Neeeeeeeein. mein schlimmster fehler dieser teleportstick wird ihn niemals mehr benutzen und das fack mich so ab alter gg habe ich nur g geschrieben ich habe gar nichts geschrieben ok ich werde es trotzdem online stellen weil ich bin ja nicht so einer der die ganze zeit nur seine besten videos online stellt oder seine besten spiele deshalb fahre ich jetzt erstmal herunter und bin jetzt hier unten glaube ich sogar gefangen ne ich kann sich runter gehen aber egal ich würde sagen das war es noch nicht im video bis zum nächsten mal tschüss